Die Sendung wurde live untertitelt. Warum lachst du? Hier sind sie. Du, du hast doch neulich mal gesagt, dass sich bei euch in nächster Zeit einiges verändert in der Firma. Wenn sich da was auftut, dann würde ich mich freuen, wenn du an mich denkst. Siehst du aus, als hätte ich ein Problem? Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber hört sich gut an. Wir wollten doch eigentlich ganz anders leben. Ja, das wollten wir. Warum machen wir es dann nicht? Warum machen wir es dann nicht? Du hast doch gehört.